Hallo und willkommen bei Vielblauem Nichts Nummer 319. Heute, ja, gehen wir es an. Zum einen, wenn jemand ein iPhone hat, kann er mir vielleicht erklären, was da Sache ist. Ich habe nämlich doch, ich habe es erwähnt, glaube ich, mein iPhone SE jetzt endlich aktiviert, installiert, geupdatet, in Benutzung genommen und mich dann die ersten paar Mal gewundert, warum zum Henker die Batterie so arschkürz nur hält, so nicht mal eineinhalb Tage vielleicht, wenn es gut geht. Das ist schon sehr wenig, habe ich mir gedacht, also wenn man nichts macht und so und dann, ja, aber gut. Moderne Smartphones halt, naja, muss man halt öfters laden und sollte man jeden Tag anstecken und so weiter und so fort. Also, naja, jetzt, dann habe ich, das habe ich nicht gleich gemacht, sondern später, weil nämlich auch aus irgendeinem Grund, Nachrichten haben nicht bing gemacht, das ging nicht. Also keine Notiz, weder Vibration noch Sound noch Aufleuchten des Bildschirms. Ich meine, die sind angekommen, aber es ist nicht von alleine, hat sich nicht bemerkbar gemacht. Man hat gesagt, okay, jetzt mal googeln, was ist da los, was für Einstellungen, naja, und dann, okay, probieren wir es halt einfach mal, Firmware-Update. Und siehe da, Firmware war nicht ganz aktuell. Ist ja auch irgendwie logisch, wenn du das Ding vor drei Monaten gekauft hast, wer weiß, wie alt sie da schon war. Habe ich es aktualisiert, jetzt macht es wieder bing, das ist schon mal gut. Und jetzt hält der Akku auch unendlich lang. Also ich habe tatsächlich jetzt nach dem Laden vier Tage jetzt, und der ist jetzt erst bei ungefähr 20% angekommen, mal in den Stromschamwurz gegangen. Also ich habe ein bisschen, aber nicht viel telefoniert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also recht wenig benutzt, das schon, aber vier Tage ist dann schon wieder so viel, dass ich mir denke, das ist jetzt komisch. Und jetzt ist die Frage, warum hält jetzt plötzlich der Akku drei bis viermal so lang als vorher? Ist das nur die Firmware? Ich habe sonst eigentlich nichts umgestellt. Bluetooth ist auch an, also keine Ahnung. Kann das wirklich nur die Firmware sein? Dann ist die Frage, was war das für eine Firmware vorher? Das war auch nicht die allerälteste, dass die so absurd Strom gefressen hat. Naja, wie auch immer, ist so und so weiter und so fort. Dann habe ich ein Paket aus Japan, das seht ihr in absehbarer Zeit mal irgendwo an. Das Paket, wo ich noch warte, wann mir jetzt DHL die Versandbestätigung schickt. Ich habe ein Buch bestellt bei Amazon. Nichts wirklich Wichtiges, zugegeben. Das gibt es bei uns in Deutschland, steht nach wie vor, erscheint am 18. April. Ich habe keine Ahnung warum, weil es ist ein englisches Buch. Das Buch gibt es schon ein bisschen inzwischen. Was ist das? Oh Gott. In England und sonst wo und ja, keine Ahnung, was da los ist. Aber guck mal halt mal, dann stellt sich raus, okay. Lustig, interessanterweise bei Amazon, jetzt nicht mehr, oder? Wo ist es? Wenn man auf den Marktplatz geht, da steht ja Amazon UK verkauft es. Für den kleinen Preis ohne Porto und Prime-Versand, aber Lieferung Prime 17. Juni bis 18. Oktober. Was zum Henker? Was ist das für eine Angabe? Wir sind jetzt im April, in drei bis sechs Monaten. Hä? Was? Äh? Äh? Und dann wie wird es verschickt, steht da auch nicht. Prime legt nahe, keine Kosten und so. Dann in England selber bestellen, wäre gegangen. Aber da kostet es Porto natürlich, ist absurd. Jetzt habe ich es bestellt, in Spanien und Frankreich war es auch lieferbar. Da kommen wir heute, glaube ich, auch nochmal drauf. Oder war es letztes Mal? Ähm. Hier muss man gucken. Warte mal. Ne. Doch. Yep. Äh. Genau. Da kommen wir nachher auch nochmal ein bisschen so drauf. Und die, ja. Da kostet es mich jetzt halt ein bisschen mehr, weil es Porto kostet. Aber die fünf Euro, die schlucke ich. Aus England hätte es deutlich mehr gekostet. Und dann kommt nach zwei Tagen die Versandbestätigung. Okay. Äh. Ist verschickt. Mit deutsche Postbrief. Also spanisch mit... Äh? What? Und dann schaue ich auf, äh... Mit einer Tracking-Nummer. Das ist eine DHL-Nummer. Erkennbar. Äh. Und dann schaue ich hier mal, was jetzt da im, im Tracking bei, im Kunden, in meinem Profil, also in meinem Kundenseite meiner Bestellung steht. Und da steht jetzt dann, ach so, ja okay, ist es unterwegs. Und es ist wieder so eine Geschichte von Amazon aus unerfühlen Gründen. Die transportieren das intern, bis es in Deutschland angekommen ist. Äh. Äh. Und dann übergeben sie es DHL, damit sie es mir geben. Dann denken wir, ey, warum? Ihr habt doch hier Amazon, äh, wie heißt's? Ja. Also ihr eigenes Amazon Logistics. Warum macht ihr dann den letzten Schritt nicht auch noch? Das hatte ich jetzt schon öfters. Und stellt sich auch heraus, dieses Buch kommt aus England. Aus England, über Belgien, jetzt in Dormagen, in Nordrhein-Westfalen. Jetzt mal gucken. Mein letzter Bestellung, die so gegangen, die hat dann einen Umweg gemacht über Tschechien. Das habe ich das letzte Mal, glaube ich, vielleicht schon erzählt. Ging dann von Nordrhein-Westfalen nach Tschechien und dann nach Bayern. Was zum Henker? Mal gucken. Das ist jetzt, das soll kommen am Dienstag. Jetzt sind wir erst am Freitag. Aber das ist gut. Wie auch immer. Hobby ist auch einigermaßen gut verpackt. Sonst ist es ärgerlich. Das ist so eine Sache bei Amazon ja auch. Also schon alles sehr, sehr merkwürdig. Das kapiert kein Mensch mehr. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Und vor allem, warum kann ich es in Deutschland jetzt nicht bestellen? Ich habe auch jetzt eine Visual Novel mir gegönnt, die mir vom NetGames hoffentlich morgen ins Haus fliegt. Die war bei Amazon gelistet. Erschien am Donnerstag, Tengoku Struggle Strayside. Dann am Donnerstag stand, vorab bestellen, Lieferung am Samstag, glaube ich. Dann jetzt, dann kam es raus am Donnerstag, stand erhältlich in ein bis zwei Tagen. Versandfertigen, eigentlich zu sagen. Jetzt, jetzt diesen Freitag steht jetzt plötzlich, man kann es nicht mehr bestellen. Nein, der Bestell-Button ist weg. Es gibt nur noch alle Angebote und da gibt es zwei irgendwelche völlig bizarre, teure, drei inzwischen. Einer aus Deutschland, zwei aus England. Völlig überteuerte Bestelloptionen, wo ich mir denke, was zum Henker? Und Amazon selber nicht. Es ist nicht mehr da. Dann habe ich auch wieder geguckt, Frankreich und Spanien. Da wird es dann gelistet, teilweise mit Versand von Amazon UK. Aber ich kann es nicht bestellen, weil es nicht an deine Adresse geliefert wird, weil ich ja dann im Ausland bin. Aber Amazon England hätte es auf Lager, aber auch da wieder gleiches Spiel wäre natürlich dann arschteuer. Ist ja auch wurscht, ich habe ja NetGames. Wobei ich diesmal geguckt habe, so spontan, der Gag ist, Coolshop hätte es auch auf Lager und wäre sogar die billigste Option gewesen, inklusive Versand. Aber gut, ich habe bei NetGames was anderes mitbestellt, dann schlucke ich die 5-Euro-Porto auch. Also völlig bizarrer. Vor allem im Coolshop kann man sich ja auch nicht darauf verlassen, dass die immer alles haben. Haben sie halt auch nicht. Aber das haben sie auf jeden Fall uns sogar auf Lager und das ist natürlich schon interessant. Naja, wie auch immer, komische Sachen passiert halt. Und damit genug Story von mir, gehen wir in die Kommentare. Beim letzten Blah war der Max das Erster. Und Düsimain Grütz, der tauchte echt spät bei ihm auf heute. Er meint ja, interessant, naja, nächste Woche braucht er sich nicht beeilen, da ist er bei ihm doch mitten in der Nacht. Und MT Liete meint, hoffentlich gibt es einen großen Bericht zu den Wrestling-Shows. Mal abwarten, gucken wir mal. Momentan müsste ja der Düsi noch mitten im sich vollstopfen mit tausend Wrestling sein auf einmal. Wenn ich das hier aufnehme, müsste er eigentlich wahrscheinlich, hm, Freitag geht es doch schon, ja, Smackdown am Abend, klar. Schon live, oder? Ja. Also sein Abend, nicht unser Abend. Ich weiß noch, ob vorher schon was ist. Die Hall of Fame muss ich zugeben, ich habe gar keine Ahnung, wann ist eigentlich die Hall of Fame? Ich habe nicht nachgeguckt, die war früher immer freitags, aber das haben sie, glaube ich, auch geändert. Oder ist es nach Smackdown? Könnte sein. Ich meine, es ist eine coole, coole Riege diesmal, wir nennen das, cooles Line-Up diesmal mit Paul Heyman und den ganzen anderen. Das ist schon cool, aber, Moment, Paul Heyman stimmt schon, oder? Hoffentlich habe ich mir jetzt keinen Quatsch erzählt. Aber jedenfalls, ganz cool, aber gut, ja, anschauen muss ich es nicht lassen. Ich habe gestern, heute oder gestern, zufällig nicht das auf ProSiebenMax, gerade irgendwie, die haben irgendwie die ganze Nacht WWE-Dokus laufen gehabt, Legends und sonst was. Die, wo ich eingeschaltet habe, am Abend war WrestleMania 1. Das ist halt so, so wie diese typischen Dokus mit deutschem Voice-Over drüber, bei den Leuten, die, bei den Interview-Quasslern und sonst teilweise Untertitel. Ich hätte lieber Zweikanal-Ton, wenn ich ehrlich bin, aber gut, da habe ich mir auch gedacht, oh, interessant, mal gucken, was danach so kommt. Naja, okay, jedenfalls, Düsi kommt gleich noch, der hat mir nicht vorab schon eine mehr gestimmt. Und der Tokio-Mai noch stolzer Dritter, yay, und der Düsi meint super, na gut. Dann habe ich ja konsumiert. Und zwar, äh, zuerst ein, ein Fan-Post-Consuming, nämlich getrunkenen Mogu-Mogu-Joghurt-Flavored-Drink mit Nata de Coco, also das, ein Mogu-Mogu, das mir der Tokio mal geschickt hat. Und da kann ich nur sagen, war okay, aber unspannend. Und dann hatten wir hier interessante Sachen, nämlich der Herr Bumsi würde zu der Frage, zu der Frage bestimmt was einfallen, sagt der Emtelite. Da fällt mir auch was ein, aber ich muss es ja nicht immer sagen oder schreiben. Der Tokio meint, Joghurt-Geschmack ist eigentlich immer ganz lecker, auch als Eis, aber wie man den Geschmack beschreiben soll, weiß er auch nicht. Das stimmt. Ja, es ist schwierig. Joghurt ist halt ein bisschen so undefinierbar, schmeckt ganz gut, aber nach was eigentlich? Und der Emtelite meint, die Sorte gibt es auch schon bei ihm im Asialaden, bei Ihnen im Asialaden. Ich weiß nicht, ich nehme an, dass es die standardmäßig, ja, ich weiß nicht, wie viele es insgesamt gibt, aber es gibt ja relativ viele bei uns. In so einem GoAzure zum Beispiel gibt es ja wirklich reichlich. Und dann fragt mich jemand, dem habe ich das beantwortet, weil ich mir nicht sicher bin, dass der hier zuhört. Man vermöge mich verzeihen, F.H.8278 steht hier bei mir im, das ist halt echt lästig, weil halt hier das so dran steht. Beim, äh, im Backend, beim Studio, ich glaube auf der, ich muss mal gucken, na, wo ist es denn? Steht es da anders, wenn ich jetzt das Fenster so aufmache? Äh, na komm, geh. Nee, steht das gleiche. Ist wurscht, jedenfalls, der fragt nämlich, ähm, ob er fragen darf, was ich hier für eine Uhr trage, sieht cool aus. Dann habe ich ihm geschrieben natürlich, das ist, die ist von Casio, also mein Luxusobjekt ist das. Casio gab es vor zwei Jahren oder so mal, ich glaube es war August, vor einer, einer, ein, drei Vierteljahren, als limitierte Sonderauflage irgendwie zum Geburtstag von Pac-Man, der da gleich schon rum war, aber trotzdem. Ähm, mehr Details finde ich im Video zum Unboxing Nummer 800, Nummer 89, Luxusobjekt, wenn es jemand nachgucken will. Da ist nicht alles erzählt, weil ich sie ja den praktischen Einsatz jetzt erst hatte. Und da auch erst Sachen entdeckt habe, die mich doch ziemlich dran stören. Kann man zwar zum Beispiel bei Ebay noch aufspüren, aber da sind die Preise inzwischen doch inzwischen arg gestiegen. Das hat mich echt schockiert. Das ist, ich habe mal geschaut, vor noch nicht so unendlich langer Zeit, da war es nur bei 150 oder so. Aber jetzt ist mal bei gut über 200 drüber, wenn man wirklich unbedingt meint, man müsste sie jetzt noch kaufen. Und ich finde persönlich schon den damaligen UVP knapp 100 Euro eher zu viel, muss ich so sagen, bin ich so. Der Heinrich Hinkel meint, der hat die Uhr auch, war ein tolles Ding, für knapp 90 Euro bei Amazon Japan. Und MT Elite meint, gibt es da aber nicht mehr. Gab es die da, auf die Idee bin ich ehrlich gesagt geil gekommen, dass man hätte mal bei Amazon selber schauen können. Das ist natürlich, also ich nehme an, dass du die damals irgendwann gekauft hast. Also einigermaßen zeitnah zur Veröffentlichung. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die so lange so billig war. Ja, finden tut man nichts mehr. Also keine Ahnung, wann das so war, 90 Euro im Moment. Und vor allem, wenn es mit Versand war, dann war sie echt günstig. Sonst wäre sie immer noch günstig. Zumindest billiger als das, was ich berappt habe damals. Ist ja aber wurscht. Also ich, also was mich wirklich ärgert ist nach wie vor, sie ist ganz bequem zu tragen. Das ist völlig okay. Das Metallhabern funktioniert auch. Die Knöpfe sind nicht sehr praktisch. So vorne auf dem Display, die drücken sich nicht gut. Das Display ist halt wirklich hell auf dunkle, helle Schrift auf dunkle Hintergrund ist nicht gut zu lesen. Das ist einfach deutlich schlechter zu lesen wie andersrum. Und was mich halt so richtig ärgert, das ist total bescheuert, dass das Ding keinen 24-Stunden-Modus hat. Man kann nicht zwischen 12 und 24 Stunden ändern bei dieser Uhr. Die ist einfach 12 Stunden. Es ist doch unglaublich sowas. Ich meine, das Ding wird international verkauft. Und es gibt halt Länder oder ganze Kontinente, die eigentlich mit 24 Stunden arbeiten, statt AM und PM. Und dann bietet man das nicht an. Also ich schließe mal daraus, in Japan ist auch AM und PM gängiger. Aber so ist der Tokio zum Beispiel vermutlich besser als ich. Also das ist mir echt gaga. Das geht mir schon auf den Sack, muss ich echt sagen. Aber ist halt so. Ich bin jetzt bloß nicht gewillt, mir wieder eine neue zu kaufen, die dann wieder in einem halben Jahr kaputt ist. Oder in einem Monat, wie die letzte Klon-Uhr, die ich gekauft habe. Die war echt ärgerlich. Und das Mai, so am Tag, wo ich es am ersten brauche, kann man schon einigermaßen lesen. Aber es ist trotzdem nicht praktisch. Und für das Geld hätte ich mir schon ein bisschen mehr Luxus in meinem Luxusobjekt gewünscht. Aber ja, so ist es halt. Wie oft kriege ich jetzt die E-Mail noch? Lustig. Mit Code-Angebot. Das brauche ich nicht. Habe ich schon seit Wochen. Und überhaupt. So, egal. Gut, gut. Also, soviel dazu. Dann schiebe ich kurz ein, bevor ich es wieder vergesse. Ein Nachzügler-Kommentar vom Tokio zur Ghostbusters-Pizza. Wo er dann meint, die Gustavo-Pizzen findet er überall hier. Also bei ihm da oben im Ruhrpott-Matsch. Aber keine der Themenpizzen. Und so klein sind die Supermärkte hier jetzt auch nicht. Das glaube ich gerne. Also ich nehme an, dass er die Themenpizzen, wir reden ja von der Mario und Peach und Gedöns. Und eben nicht der Gustavo Gusto. Da frage ich mich auch, warum und wieso das so ist. Die habe ich hier wirklich gekauft. Im Netto. Wo sie zur Startwoche im Angebot waren. Und danach gab es sie es dann natürlich nicht mehr. Und seitdem habe ich sie hier in Mering nicht mehr gesehen. Was jetzt auch nicht die allergrößte Überraschung ist. Aber ich weiß auch nicht. Echt. Das ist total komisch. Aber mei. Wenn es halt nicht geklappt hätte, wäre es jetzt alles so schlimm gewesen. Aber so war es für ein Video gut. Auch recht. Und dann hatten wir noch ein Eating. Das kam, glaube ich, die herzhaften Speckkrüsten aus Dänemark, die ich glaube ich vom Dominik bekommen habe. Die sind leider sehr herzhaft hart und nicht besonders gut gewesen. Da habe ich mir beim Aufnehmen schon echt Sorgen gemacht. Oh je, drücke ich mir jetzt wieder eine Krone ab oder was ist hier? Und habe es echt nicht ausgehalten. Also die schmecken auch nicht besonders gut. Der Heinrich Hinkel meint, die Dinger sind immer so hart. Ich glaube, ich habe spekuliert, ob die jetzt vielleicht schon irgendwie nicht mehr... Die waren, glaube ich, abgelaufen sogar. Ob das der Grund ist. Er meint, nee, die sind immer so. Und ihm persönlich schmecken sie auch nicht wirklich. Kann ich nachvollziehen. Die waren leider einfach nicht gut. Und der Tillyte fragt sicher, dass es nicht um Hundesnacks handelt. Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Aber die sind für die Katze gelogen. Für den Hund wäre es vielleicht okay. Nee, also die waren... Die muss man wirklich nicht haben. Bäh. Gut, gut. Gehen wir weiter. Gehen wir in die E-Mails. Wie lange wollen wir heute? Na ja, mal schauen. Der Düsi hat nämlich schon vor ein paar Tagen, um genau zu sein, am Wochenende schon eine Mail geschrieben, so vor seinem Abflug quasi. Und er meint, nein, Leute, zwei Gewinner. Ja, das war spektakulär. Und warum er gerne laufen lässt, alles für die kernige Crew. Also wir reden von den Videos. Ja, das ist schön. Und für meine Statistiken ist es ganz lustig, wenn mal was läuft. Das stimmt schon. Ich habe übrigens, ich glaube, ich habe gemeckert, dass mir YouTube immer die Klicks klaut von den Videos, die bei uns eingebettet sind. Ich habe nachgeguckt, auch diesmal war es so ein paar Tage später, waren sie dann doch wieder da. Also da frage ich mich auch, die werden am Freitag, wurden sie angezeigt, dann waren sie von Samstag bis Montag oder so komplett weg. Und jetzt, wie ich vor Mittwoch oder so mal geguckt habe, da waren sie wieder da. Sehr verhaltene Menge, das finde ich ein bisschen enttäuschend. Die Leute sollten gefälligst mehr schauen, wenn ich was einbette oder in den Wochenrückblick stecke. Boo. Egal. Aber jedenfalls, ja. Also merkwürdig, aber keine Ahnung. Zum Erschein, dieses Podcast ist ja in Philadelphia und heute steht WrestleMania Nacht 1 an, also am Samstag. Das ist korrekt? Yes, 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 meinte. Hoffentlich passt das Wetter. Es ist etwas besser wärmer als in der Prognose. Ich habe nicht geschaut. Ich schließe daraus, das ist ein offenes Stadion. Ist das ein Baseballstadion? Wollen wir mal kurz gucken. WWE, ach Quatsch, WWE, Wiki, WrestleMania, wo bin ich, Wiki, WrestleMania, XL, Lincoln Financial Field, das ist wohl ein Baseballstadion, gell? Ja. Wie viele Leute passen da rein? Ah, 90.000 für beide Nächte kombiniert. Naja, äh, dann gebe ich mal so auf 45.000 bis 50.000 Leute, oder? Ja, ja gut, wenn es dann das Wetter nicht gut ist, dann hat man viel Spaß, wenn man drei, vier Stunden da rumsteht. Ist eigentlich ein Stand and Deliver? Ne, das ist auch in, aber das ist in einem Indoor, im Wells Fargo Center. So, okay. Ah, jetzt muss ich doch mal gucken. Also, wenn, Moment, also, am 6.000, am Samstag ist also, um Samstag, um, oh, 12 Uhr, um 18 Uhr unserer Zeit, nicht schlecht. Und dann, WrestleMania ist dann, um, steht, wo ist die Uhrzeit? Äh, ne, komm. Da steht keine Uhrzeit, bin ich jetzt blöd? Sag einmal. Danach wohl, logischerweise. Klar, ist es am Abend. Wann ist jetzt die Hall of Fame? Das möchte ich jetzt noch wissen. Hall of Fame 2024. Die findet statt heute, oh, tatsächlich doch am Freitag, ja. The Night Preceding, aha, 10 Uhr auf Peacock, 10 Uhr nachts. Ja, das ist nach, ja, das ist nach SmackDown wohl. Also, Paul Heyman, Bull Nakano, Thunderbolt Patterson, Lia Maivia, what, okay. The US Express und Muhammad Ali, okay. Äh. Okay, ähm, habe ich gesagt, das ist eine coole Riege, ich bin jetzt ein bisschen, bisschen unterfasziniert, äh, mein Paul Heyman, super, aber der Rest ist ein bisschen langweilig, tut mir leid, Bull Nakano ist natürlich historisch relevant, da brauchen wir nicht rumtun, das weiß ich, aber die anderen sind schon so historisch relevant. Und eine, eine, eine Maivia, die dann von The Rock, äh, inductet wird, das wird natürlich dann ordentlich, und Paul Heyman wird von Roman Reigns inductet, interessant, ja, ja. Und die Alundra Blaze Bull Nakano, das macht Sinn. Scott Spears sagt man mal gleich, ey, da fehlen doch Leute, oder? Das kann doch nicht sein. Das wären so wenige, waren das letztens auch immer? Hall of Fame und Smangler, here is every inductee I had. Okay, Heyman, wo sind sie? Paul Heyman, äh, 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 Paul Nakano, US Express, das muss ich mal zugeben, dass ich nicht ganz sicher bin, wer das ist. Mike Ritton und Barry Windham, ja, okay, okay, okay. Macht natürlich, und Baudelaus und Duncan, ja. Ja, da werden sie mit Sicherheit auch Bray Wyatt nochmal irgendwie ansprechen müssen, oder, oder wollen, keine Ahnung. Und Muhammad Ali, ja, und Thunderbolt Patterson, okay, äh. Okay, 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 naja, okay, äh, und Lea Maivia, Maivia, doch tatsächlich. Naja, gut, okay, ist ja auch wurscht, äh, also, ich würde sagen, es ist eine komische Mischung, weil Heyman ist natürlich der Knaller an sich, und die anderen sind alle so ein bisschen, aber macht ja nichts. Okay, okay, ähm, mit LOL meint er natürlich das auf Amazon Prime, ja, das kann man auch nicht erklären, das muss man gesehen haben. Schau mir mal das, ich sollte mir mal das Weihnachts-Special anschauen, meint er, das war genial. Ja, wenn ich ganz viel Lust und Motivation und, äh, hab, dann überlegen wir mal. IMAX, geh in, geh in, in Hamburg, da gibt's sogar zwei, ja, ich meine, Hamburg liegt ja auch so einen Katzensprung und das entfernt von mir. Ja, egal. Bei der App-Webseite, der Streamtress kann man gucken, wo welche Filme hier sehr aktuell laufen, sehr praktisch, das ist mir tatsächlich bekannt, stell dir vor, aber, ähm, da, ich hab vergessen, in welchem Zusammenhang ich drauf gekommen bin, äh, es hilft halt auch immer nix, wenn ich dann sehe, ja, es läuft irgendwo, wo ich nicht hab, oder es läuft auch gar nicht, und dann, öh, aber ja, aber ist mir natürlich ein Begriff, die Seite, und die funktioniert auch ganz ordentlich, wobei man ab und zu mal ein bisschen im Rudern sein kann, wie es jetzt wirklich heißt, und dann, aber egal, selten, meistens ist das ganz gut. Weil, wie mach ich, wie mach ich eigentlich meine Blah-Podcast-Videos mit nur einem Bild und dann im Ton? Naja, ähm, interessanterweise, ich hab mal gar nicht geschaut, ob's jetzt anders auch ginge. Früher konnte man bei YouTube Audio-Dateien nicht hochladen, das kann man wahrscheinlich immer noch nicht, äh, und mit dem Standbild versehen. Obwohl sie ja heutzutage, ich kann mir das Ding ja als Podcast sogar, äh, kategorisieren lassen, was ich ja gemacht habe, wen man ja weiß, hoffentlich, weil ich ja extra auf Wunsch einer meiner zahlreichen Hörer gemacht hab, mhm, um dann herauszufinden, dass man dann sogar separate Statistiken kriegt, die, also, nicht wirklich separat, die eigentlich genau die kleinen sind, aber ein bisschen anders verpackt, dass man nicht aus den anderen rauspicken muss, sondern gezielt auf seinen, Anführungszeichen, Podcast-Shot. Ähm, also, das geht wahrscheinlich immer noch nicht. Das ist ganz einfach, ich hab halt die Audio-Datei, die wird dann in den Video-Editor reingeladen und der Video-Editor, äh, auf einer zweiten Spur liegt dann halt einfach das Standbild über die ganze Dauer der Audiospur und dann wird's halt ausgeschrieben als normales Video. Nur, dass dieses Video halt, äh, jedes Frame genau gleich aussieht. Das ist das ganze Geheimnis. Also, ich nehme an, dass das mit jedem, wahrscheinlich mit jedem beliebigen Video-Editor-Programm von Adobe, sei es die Teule und die Billigen, so machbar ist, aber so mach ich's jedenfalls. Äh, vielleicht gibt's auch Tools, die das automatisieren würden, wenn man sagt, hier ist mein, mein MP3, hier ist mein Bild und jetzt spuckt man die Videodatei aus. Das kann auch sein, das weiß ich nicht. Ich mach's halt so, mit dem gleichen Editor, wie die ganzen bewegten Videos auch entstehen. Hick. Gut. Schönes Wochenende, meint der Düsi, danke gleichfalls, viel Spaß bei deinem Wrestling-Overkill, der da, ja, es ist ein Overkill aus meiner Sicht, aber wenn's ihm Spaß macht, dann soll er's doch tun, ist doch schön. Gut, dann haben wir, der Diego ist wieder da, der schreibt, konnetschwürdig, wie geht's, wie steht's? Joa, ganz okay. Wir haben halt jetzt dann nächste Woche das Deadline. Es hat nicht alles so geklappt, wie wir uns wünschen. Ein paar Sachen sind, eine Sache ist noch offen. Äh, die andere hat nicht geglaubt, aber gut, wird trotzdem ein gutes Heft. Ich kann auch mal sagen, äh, also es wird recht viel, es gibt wieder ganz viele tolle Download-Spiele, oder interessante, sagen wir mal ein bisschen interessant, so von dem Wertungsniveau her war das die letzte Ausgabe schon ein bisschen herausragend. Äh, im, im Retail-Teil ist es relativ wenig los, das ist erschütternd, aber so ist es halt, aber deswegen haben wir auch recht viel, ähm, Extended. Wird nächstes Mal ein ganzer Schwung, interessanter, guter, schöner Extended-Artikel sein, würde ich so sagen, werdet ihr dann sehen. Ähm, ja. Er hat jetzt endlich mal die erste Switch-Collection von Felix Wright angefangen. Die ersten vier Teile hat er selbstverständlich schon auf dem DS gezockt, das habe ich damals, glaube ich, schon auch. Die habe ich auch im Regal noch irgendwo. Anast dem er jetzt alle Teile hat, auch die Great Ace Attorney-Spiele, dachte sich, jetzt ist die Zeit reif, dass er es mal wieder anpackt. Er ist jetzt beim vierten Fall von Teil 1, haben sie wirklich schön aufgehübscht, aber er mochte die Pixel-Grafik auch sehr. Also ich bin nicht so der Fan, also ich sag mal so, auf der Switch, auf dem Display-Mobil-Modus fällt es einem nicht so, da fällt es nicht so sehr ins Gewicht, aber ich, ich weiß nicht, beim, bei der ersten Trilogie, diese nachgezeichneten Sprites, die wirken, die haben einfach nicht so sehr den Charme wie die Pixel-Optiken. Das hilft einfach nicht, so empfinde ich das halt. Aber es ist jetzt nicht, es ist gut gemacht, aber irgendwo stört es mich halt einfach. Aber gut. Jetzt fehlt ihm eigentlich nur das zweite Mal das Edgeworth-Spiel, das ja leider Japan nie verlassen hat. Mal schauen, ob es vielleicht gibt es eine Fan-Übersetzung. Das habe ich nie gecheckt. Das kann sein. Ich würde mich, ja, viel Glück dabei. Bei der Suche, ich werde dann auch zu faul, wobei, theoretisch könnte ich es ja auf meinem Analog Pocket dann spielen. Oder? Das war ein GBA-Spiel doch, glaube ich, oder? Also mit DS habe ich, ich überlege gerade, hatte ich für meinen DS mal irgendeine Flash-Karte oder nicht. Spontan kann ich mich nicht erinnern, was mich vermuten lässt. Nein. Hm. Das ist hart. Ace Attorney Investigation. Miles Edgeworth. Ja. Das war ein DS-Spiel. Okay. Ja, das ist das zweite Mal, logischerweise auch ein DS-Spiel. Ja, gut, dann wüsste ich jetzt aktuell nicht, wie ich das denn überhaupt spielen sollte. Das heißt, wenn ich es gepatcht kriegen würde, natürlich Emo am Computer, aber das ist immer noch zu blöd. Egal. Ja, viel Glück. Habe ich die Mega-Klemmbausteine Xbox 360 schon gesehen? Mann, da hätte er schon Bock drauf, aber für 170 Euro ist die dann doch Spaß nicht wert, aber die sieht schon geil aus. Ich bin ein bisschen ver... Ja, ich kenne die, aber weil die vor längerer Zeit, bin ich mir schon, einen schon in Amerika verkauft wurde. Ich weiß nicht mehr, was er da gekostet hat und auch irgendwie nur exklusiv bei Target oder so. Und jetzt gibt es es irgendwie bei uns oder auch nicht. Also der hat mir einen Link zu Amazon geschickt, aber... Mega-Konstrucks. Jetzt sagen wir es. Es gibt einen Tesla von Mega-Konstrucks. Also wie beschissen. Tesla-Cybertruck. Ganz ehrlich, das Ding ist so scheiße. Und dann stelle ich es mir doch erst recht nicht als Modell ins Regal und schon gleich gar nicht. Auch nur kein Cent für dieses unekelhafte, widerwärtige Wesen, das für dieses Teil verantwortlich ist. Das geht einfach gar nicht. Oh, was sehe ich hier noch? Einen Pikachu. Na gut. Mini-Motion-Dickdreh. Drei Dickdrehs. Das sieht ganz cool aus. Das kostet auch nur 32 Euro. Das ist ja fast schon bezahlbar. Also jedenfalls hier steht, das wäre am ersten... Jetzt finde ich es... In der Suche findet man nicht, aber das ist ja nichts Neues. Immer dieser Scheiß. Also er hat mir einen Link mitgeschickt. Da ist es nicht lieferbar, nicht erhältlich, auch nicht verfügbar. Überhaupt nicht. Von niemandem nicht. Angeblich erschienen am 1. Januar. Aber also der Preis kommt ja... Den gibt es ja irgendwo. Also keine Ahnung, was da wieder schiefgegangen ist. Ist mir aber jetzt auch zugegeben nicht ganz so wichtig. Ja, ich finde das auch cool, aber ich habe mir schon die ganzen Lego-Geschichten, die ja übrigens natürlich auch sehr viel Geld kosten, alle nicht geleistet, weil ich wüsste nicht, wo ich es hinstellen soll. Aber ja, ich finde das ganz witzig, aber bin trotzdem verblüfft, dass es das jetzt irgendwie bei uns zu geben scheint. Wobei, es ist auch nicht so ganz klar. Ist es jetzt offiziell erschienen bei uns? Ich blicke nicht durch. Mal gucken, ob man bei Medien... Na ja, Medienmarkt hat sowas wahrscheinlich gar nicht. Mega-Mega-Konstrux. Was ist hier? Top-Deals. Mega-Konstrux. Oh, die haben sogar ein paar Waren. Pokémon halt vor allem. Okay. Es gibt ganz schön viele Mega-Pokémon. Ihr leckt mich. Das wusste ich gar nicht. Mars of the Universe Castle. Das kommt mir bekannt vor. Wer hat das gekauft? Aber die Xbox ist natürlich nicht gelistet hier. Was ist das denn? Punita. Pikachu. Evolutions-Trio. Bowset. Pichu. Pikachu. Und Raichu. Oder was? Ja, leck mich. Bowset. Dschungel-Ruins. Sachen gibt es. Okay. Es gibt irgendwie eine Aktion beim Medium. Was haben wir denn hier? Volle Gönnung. Die besten Entertainment-Angebote. Konsolen und Spiele. Was gibt es denn schönes? Memory-Cards. Geil. Ein paar Amiibos. Und die 20% auf alle Spiele. Okay. Die fällt unter diese Aktion. Na gut. Okay. Okay. Ja. Genau. Also ja, habe ich gesehen. Aber nee, nicht für das Geld. Das Dragonborn-Lied ist ja mal geil gemacht. Kennt ein bisschen nur die Floppy-Laufwerke. Das ist aus dem Wochenrückblick. Da hat jemand nicht mit Floppy-Laufwerken, sondern mit allen möglichen. Mit einer elektrischen Zahnbürste zum Beispiel und so einem Kassenbon-Ausdrucker und so Shit. Musik. Und da bin ich zuvielfältig drüber gestolpert über das Skyrim-Thema. Aber es gibt auch verschiedene andere. Das ist schon ziemlich cool. Das stimmt. Fragen. Habe ich euch den Ace Attorney-Film schon mal gesehen? Er fand den damals richtig gut. Ja, den habe ich mir damals angeschaut, gekauft auch, glaube ich, vielleicht. War nicht so mein Ding. Er war in meiner Meinung gut gemacht, aber er hält sich sehr ans Spiel und ich fand das total zu kompakt, zu kondensiert. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich das Spiel nicht gekannt hätte, hätte ich den ganzen Filmen nichts kapiert. Aber wie gesagt, lang her. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Aber er war auf jeden Fall interessant gemacht. Habe ich das Neo-Sprint von Atari gesehen? Freilich. Weiß nicht. Sieht irgendwie ziemlich plump aus, meint er. Also ich wusste, dass es das Spiel gibt, weil das war ja bisher Atari VCS exklusiv. Jetzt kommt es für alle. Ich bin gespannt. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass es gut sein könnte. Es ist natürlich... Nein. Die Sprint-Spiele sind halt auch simpel. Aber die isometrische Optik macht es natürlich nicht unbedingt dynamischer. Aber ein Strecken-Editor ist ganz nett. Also ich schaue es mir auf jeden Fall an und werde es dann, denke ich, auch testen. Ich bin, wie gesagt, vorsichtig optimistisch, dass es ganz nett sein sollte. Dann habe ich das Earthian von Su Yuzo Kusira schon gesehen. Schönes Oldschool-Shut-em-up. Irgendwie... Ich habe ein Déjà-vu-Gefühl. Dir ist schon bewusst, dass wir zu diesem Spiel einen Riesenartikel vor ein paar Ausgaben drin hatten. Also weiß ich natürlich, was es ist. Vierseitigen Preview, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die Ausgabe drauf gab es dann ein Porträt... Ne, vier Seiten mit Preview und Interview war es, glaube ich. Und danach, die Ausgabe drauf, war es, meine ich, dann das Yuzo Kusira-Profil. Also ja, es sieht schick aus. Es ist halt nicht mein Genre und alles. Aber wenn es dann mal rauskommt, wird mir Thomas sicher alles sehr ausführlich dazu sagen können. Und wir werden es normalerweise auch testen. Denke ich doch einfach mal. Das spricht ja nichts dagegen. Und hier mal wieder noch ein bisschen Augenzucker. Die ist mir etwas anständiger. Dafür auch etwas Samusiker. Warten wir es ab. In diesem Sinne ein glorreiches und zuckreiches Wochenende. Einspruch. Mein Peace. Ja. Also, der Anständiger sagt, das Erste ist gleich mal nicht so unbedingt anständig. Gut, die hat Klamotten an, aber ist ein Rotschopf-Mädel mit sehr großen Nändereien, wo die seidenblaue BH-Bikini-Beachwear-Kombi mit Mühe noch halten kann. Und untenrum das Schamfleckchen-Stoff, was da die entscheidenden Stellen abdeckt, wird von ein paar Schnürchen gehalten, die ihre sehr üppigen Hüften umfassen. Und die Schenkel sind auch wahnsinnig lecker. Du Ferkel. Gut, dann haben wir hier, das ist, das kommt aus irgendeinem Shantae. Das ist eindeutig ein Waveformat-Look. Keine Ahnung, was für ein Gin das sein soll. Eine lila Haare. Sieht so aus wie so ein Revue-Girl mit so einem Revue-Korsett-Ding, wo oben die Ländereien, also cartoonig, die Ländereien so ordentlich rausgehen und sie hat Hasenpüschelchen hinten dran. Aber die Ohren sind spitz. Alles ist, ja, so von vorne, von hinten und von der Seite. Dann eine Samus, die grimmig reinschaut in einem interessanten Anime-Stil. Und ihren Zero Suit so spannt sich über wichtige Stellen. Dann haben wir hier eine Tiefe und eine, nochmal eine Tiefe und nochmal eine Tiefe, oder? Ja, drei Tiefers aus, äh, ne, Yuna, Blödsinn. Das ist die Yuna doch. Ne, das, nein, das ist die Tiefe, das ist die Yuna. Wer ist denn sie? Himmel, ich kenne meine Leute nicht so recht. Also jedenfalls Final Fantasy-Mädels, die da so stehen, sie ist irgendwie, ich weiß nicht, wie das gerendert ist. Es sieht fast ein bisschen echt aus, aber das sind gerendert und die stehen halt in ihren Outfits da und zwinken in die Kamera und ganz normal. Dann eine Samus wieder, eine gezeichnete, wie sie auf einem Mother Brain hockt, glaube ich. Und so halt ihren, irgendwie sieht man Samus meistens im Zero Suit. Ich weiß nicht, wo er das liegen mag. Haha. Und dann nochmal eine Samus, die ein bisschen so schaut, ne, was willst du? So, so, äh, Jesse von, von Team Rocket mäßig Grummel mit so einem Zorn, äh, irritiert sein, X-chen, dieses typische Anime-Emoticon, das ist immer so. Und, warte mal, und, und Katzenaugen? Ne, nu, die Pupillen sind hochkant. Ne? Okay. Und Arme verschränkt, so, dass es nach oben alles abhebt. Okay. Dann hier eine, ne, die sieht irgendwie komisch aus, ein bisschen seltsame Samus mit ein bisschen langen Hals, ein bisschen sehr, sehr sportlich, athletisch, also wenig Ländereien und irgendwie sehr, ein bisschen dürr, ein bisschen komisch. Hm, keine Ahnung, was das für ein Schließer sind. Und, warte mal, also das ist, aber die Füße mit, mit einzelnen Zehen, äh, also es ist weniger ein Zero Suit, wie ein Ganzkörper, kybernetischer Ersatz, also es sieht komisch aus. Dann haben wir hier eine, oh Gott, wer war das? die Weißhaarige mit den roten Rüschen an den weißen Klamotten mit der Brille, das ist doch irgendeine Zelda-Figur oder so, die da so mit, mit, mit ein paar günstig gesetzten Verbandstreifen die wichtige Stellen abdeckt und so einen Spagat übt. Pfui. Und nochmal eine Samus, die da diesmal so sehr animig mit, mit sehr vielen Ländereien, die da in eine Zero Suit so dann auf einen herabschaut und sagt so, was willst du so? Okay, ja, danke. Interessante Mischung, wie immer halt. Gut, und dann haben wir noch große Überraschung, oder? Der Tokio mit einer nicht ganz kurzen Mäh. Dann gehen wir es an. 25 Grad Blamein, der halbdurig. Am Samstag soll es hier satte 25 Grad werden. Ja, bei mir hier auch, glaube ich. Heute war es schon warm, aber noch nicht so und noch ein bisschen trübe. Was sagt man das Wetter jetzt für morgen an? Schauen wir mal. Also für Samstag 26 Grad, oh Gott, 26 Sonne, Sonntag 26 leicht bewölkt und Montag 27, dann fällt es wieder auf 16, 10, 13. Boah, das wird, das ist schon ein bisschen viel. Da muss ich wohl notgedrungen die Fenster öffnen, weil es mir sonst einfach ein bisschen einen Durchzug machen, weil es sonst wahrscheinlich hier ratz-ratz warm wird. Uch. Also, wo die meisten jetzt vermutlich Yeah rufen, meint er, sagt er Bäh. Ist zwar noch keine Temperatur, wo eine totale Schweißausbrüche ausbricht, aber wenn er sich bedenkt, dass es schon Anfang April so warm wird, lässt den Schaut, was noch so kommen mag. Ja, da werden wir uns wieder viel Spaß haben über die Sommer, Frühlings-, Sommer-, Herbstmonate. Es ist abzusehen, was will man machen. Ist halt so. Nachdem Amazon UK ja dank exorbitanter Versandkosten in allermeisten Fällen keine Option für günstiger Artikel als in Deutschland mehr ist, das sowieso nicht. Der Punkt ist eher Artikel, die einigermaßen bezahlbar bleiben durch diesen ganzen Scheiß. Neue Spiele haben sich eh nicht gelohnt, wenn man so will. Aber wenn jetzt noch mal 10 Euro Porte dazukommen, dann wird es endgültig beschissen. Aber was soll man machen? Mest hat er sich mehr und mehr Amazon Italien als Alternative entdeckt. Sei es Filme oder Spiele oder auch andere Kram, da kann man schon des Öfteren relativ günstig wegkommen und die Versandkosten sind mit 5 Euro noch im Rahmen. Zuletzt hat er für den Kumpel den PS5 Sterling Silver Controller gekauft für 60 Euro inklusive Versandgebühren. Immer noch viel Geld für den Controller, aber auch deutlich, eben auch unter Ufer. VWP. Was man sich aber bewusst sein muss, die Italiener schreiben gut und gerne Titel auf italienisch auf die Verpackung, Vorzug ist auf Filmen. Wer also auf den Originaltitel wer liegt auf seiner Hülle, kommt da leider weniger Goodball weg. Das war mir nicht... Naja gut. Also bei Spielen dürfte es eher unwahrscheinlich sein. Ich habe zumindest auch... Ich habe ja mal hier und da... Ganz ausschließend kann man so nicht... NetGames hat ja auch ab und zu mal schon mir Spiele geschickt, wo sich herausstellt, die kamen aus Spanien, Frankreich oder so. Also nicht... Sind nicht komplett multisprachig, sondern... Aber die Titel waren immer die gleichen. Aber es mag bei Spielen wieder anders sein wie bei Filmen, logischerweise. Das ist ja auch bei uns so, dass Filme eher mal eingedeutscht wurden. Immer nur werden doch auch, oder? Naja, wie auch immer. Klar, dem muss man sich bewusst sein. Das kann einem passieren. Italien habe ich, glaube ich, noch nie bestellt. Ich habe Spanien und Frankreich schon hier und da. Habe ja eben erzählt. Hier, diesmal Spanien. Und die funktionieren alle gleich. Ich meine, das ist alles gleich. Italien hängt ein bisschen lagermäßig an Deutschland dran, soweit ich das mal mitbekommen habe. Kann es aber nicht beschwören. Und wie man auch sieht, aus welchem Lager das Produkt dann am Ende auf einen zukommt, das ist völlig random. Das kann man so vorher nicht prognostizieren. Man kann bei einer Bestellung in Deutschland relativ gut sagen, wenn es heißt, es kommt erst in drei, vier Tagen, dann kommt es 100 pro aus dem Ausland. Das stimmt eigentlich dann immer. Aber wo aus dem Ausland, das kann man nicht zwingend sagen. Ja, und die anderen kosten auch immer um die fünf Euro Porto. Also es ist okay, ist zivil. Kann man machen, das stimmt schon. Ist halt ein bisschen rumgestochert, weil auch das wundert mich. Ich kann in Japan auf Englisch stellen und ich kann, Deutsch kann ich, glaube ich, in Deutschland kann ich auch auf Englisch stellen. Aber die anderen Länder kann ich alle nicht umstellen auf Englisch. Ich kann in Spanien, glaube ich, Portugiesisch einstellen, zum Beispiel. Weil die Portugiesen kein eigenes Amazon haben, vermutlich. Aber Englisch geht nicht. Und man fragt sich, warum? Weil die ganze Bedienführung ist doch genormt. Die ist doch überall gleich. Warum geht es nicht? Und dass die E-Mails dann wiederum gerne mal, wobei die E-Mails von Amazon in Japan, die kommen auf Englisch. Aber die aus Frankreich, Spanien, Italien mutmaßlich auch, die kommen halt in Landesfrache. Gut, man kann sich ja durchnavigieren, wenn man Amazon einigermaßen kennt. Aber ich frage mich schon, warum das nicht ein bisschen, und gut, es gibt ja auch Übersetzungsplugins oder die Browser machen es heutzutage selber. Ich weiß schon, aber trotzdem, warum das nicht von Haus aus geht, ich weiß es nicht. Aber ist auch egal. Gut. Weicher meinte, wenn es von mir ginge, würden Grafik und Soundwertungen besser wegfallen. Er ist im Grunde bei mir. Grafik ist, wie ich schon ausführte, ist eben mehr als nur Effekte und viel Bling-Bling. Natürlich spielt der Arzt, was halt auch eine gewichtige Rolle aus dem visuellen Eindruck angeht. Und gerade heutzutage haben wir so viele unterschiedliche Grafische, sei es Unreal Engine 5 Realismus, Pixelart oder Low-Pole-D-Minimalismus. Jeder kann auf seine Art schön und beeindruckend aussehen. Das lässt sich kaum in einer Zahlenpunktewertung beurteilen. Das ist richtig. Man könnte die technische Komponente natürlich gezielt betrachten. Läuft es mit 30, läuft es mit 60, ruckelt es nicht, hat es Frame-Pacing-Probleme und, und, und. Wie ist die Auflösung, sofern man das erkennt. Also bei Auflösung würde ich mir nicht anmaßen wollen, das zu beurteilen. Man merkt es manchmal, bei Peach zum Beispiel, da merkt man es einfach schon auf dem Fernseher, aber bei, weil es halt auch sub, sub 180 ist und da merkt man es deutlicher, aber den Unterschied zwischen 10, 80 und 14, 40 und so, da, wo sehe ich den großen Unterschied, das, das sieht man echt nur, wenn man direkt hin und her schaltet, meiner Meinung nach, aber, naja, gut. Nicht immer, es gibt auch Ausnahmen, aber egal. Äh, genauso dasselbe beim Sound. Und Final Fantasy VII Remakes ist ein schönes Beispiel seiner Meinung nach. Die Musik ist erwartungsgemäß mega gut, die Sound-Effekte kommen sich auch gut rüber, die deutsche Sync ist okay, aber könnte atmosphärisch noch mehr rausholen. Ich meine, ich habe vorhin mal durchgesappt und bin dann auf ProSieben Max auch wieder gelandet, da kam dann gerade Dragon Quest, der Adventure of Die. Wusste ich gar nicht. Ist mir auch wurscht. Und da haben sie halt nur, da war Laberköpfeabschnitt, wo nur gebrabbert wurde und das waren so irgendwie die typischen deutschen Anime-Stimmen von Leuten, die kompetent reden können, aber irgendwie, es wirkt so gestellt und so steif und ich so Nicht meins. Ich meine, auf Japanisch mag es auch gestellt und steif sein, das erkennt man dann bloß nicht. Man versteht ja nichts. Naja, okay. Was ihn aber am meisten stört, ist der Surround-Klang. Den nimmt man zwar bei Dialogen, aber ansonsten ist er kaum vorhanden. Es hört sich alles eher so, als käme es nur aus der Front. Das ist kurios. Natürlich spielt es Surround-Klang bei einem Run-Spiel jetzt nicht so eine große Rolle. Wird beim Ego-Shooter aber heutzutage, wo es eigentlich gang und gäbe sein sollte, würde sowas auf jeden Fall abwerten im Spiel, was dann aber zum Beispiel Musik dann doch wieder nicht gerecht würde. Ja, es gab sogar irgendwelche Medien mal, die Sound und Sound-Effekte geteilt haben. Ich glaube schon. Oder Musik und Sound-Effekte oder wie auch immer. Aber da müssen wir die Synchro auch noch getrennt betrachten. Dann wird es schon wieder so kleinteilig, dass es blöd ist. Das ist natürlich, ja, mir fällt auch auf, dass viele Spiele gerne sehr frontlastig sind oder nur punktuell Effekte bringen, aber nicht zum Beispiel, wenn es regnet, dass dann hinten auch was rauskommt. Ja, aber mein Gott, muss man halt auch hinnehmen. Deswegen macht eine Wertungskategorie für alle Aspekte kaum noch Sinn, meint und jeden Aspekt einzeln bewerten, würde wohl schlicht den Rahmen sprengen. Ich glaube, das habe ich gerade gesagt. Sehr gut, wie ich das erahnt habe. Deswegen denkt er, es ist viel wichtiger, dass man die Details im Text und im Meinungskasten eingegangen wird. Ja, wenn es halt richtig relevant ist. Ich meine, die Grafik sieht toll aus, dafür hat man ja Screenshots, sage ich jetzt mal. Also ja, also so Geschichten, die man irgendwie nicht transportieren kann, alleine über die Bilder, also gerade Bildrate, würde ich schon ansprechen. Mache ich auch meistens, wenn ich es für Relevante erachte, nicht immer. Also bei Switch-Spielen, da kommt schon mal vor, dass ich es mir jetzt auch wieder spare, dass es wieder ruckelt, weil es ist halt bei so vielen so. Wenn es aber nicht ruckelt, dann bin ich es normal. Ich habe gerade ein schönes Beispiel aktuell ist Pepper Grinder. Gibt es ja auch als Demo, wer es mal ausprobieren möchte. Das läuft wunderbar, flüssig, sauber, schön, scrollt super auf einer Switch. Und dann habe ich so Sachen wie Ocho, das ist so eine Art Hotline Miami in Schwarz-Weiß, auf einer PS4, PS5 und das hat immer so dieses typische Unity-Frame-Pacing-Gestotter. Also es läuft halt einfach nicht geschmeidig, flüssig, scrollend oder wenigstens gleichmäßig, sondern hat immer so ein stetes Gehackle drin, nenne ich es jetzt mal, Gestotter. Das ärgert mich am meisten, diese Spiele, die einfach blitzesauber laufen müssten und es dann nicht tun, das ist halt echt stressig. Aber gut, ja. Na gut, also Fragen. Die Nightlife-Stuels bringen uns ja schon seit einiger Zeit viele Remaster von Ego-Shooter-Oldies wie Turok, Exhumed oder Quake. Aktuell begrüßen sie uns mit den Dark Forces, Star of Dark Forces und demnächst soll ja P.O. dazukommen. Ja, das erstaunlicherweise ist es so. Er hat ja damals leider einige davon verpasst, wo er eigentlich recht interessiert dran war, wie gerade P.O. was damals schon sehr schräg wirkte und Exhumed endlich mal nachholen freut sich auch sehr. Das hat jetzt einen exzellenten Ruf, hat hier sogar noch die Saturn-Version ungespielt meint er. Ja, das ist alles wahr. Ich freue mich auf System Shock, die jetzt dann bald mal kommt, endlich für Konsolen. Heute noch gelesen, der jüngste Patch ändert das Ende oder erweitert das und gibt eine weibliche Gender, also Charakter, kann man dann auswählen, dass man als Frau spielt. Und ich warte drauf, dass es wieder eine große Aufstrahlung losbricht, dass das Spiel Vogue wird und ganz schlimm ist. Jetzt auf einmal ist System Shock scheiße, weil man jetzt gezwungen wird, die Frau im Spiel nicht zu spielen. Was da gerade abläuft, im Internet teilweise und natürlich vor allem da, wo der irre Kurzbrocken und der schönen Kurznachrichtendienst kaputt geschossen hat, das tut weh. Das ist echt ganz, ganz gruselig. So viele Idioten alle in den Sack und draufhauen. Ganz schlimm. Naja. Okay, die Frage war aber, gibt es einen Ego-Shooter holen, den ich gerne Remaster sehen würde? Forsaken oder Descent werden bestimmt auch heute noch ganz gut spielbar, wenn ich streng mitspiele? Also das sind Forsaken und Descent sind immer genau Spiele, wo ich nicht drauf warte, weil dieses Six Degrees of Freedom rumgefliege, das war so verwirrend und anstrengend. Sah zwar so gut damals aus, Forsaken, aber da muss ich sagen, brauche ich nicht unbedingt. Das ist mir zu anstrengend. Ich könnte jetzt ehrlich keinen sagen. Ich habe nicht die Welt an Ego-Shootern gespielt und schon damals schon gleich gar nicht. Ich meine, Doom möchte ich ja eigentlich gar nicht wirklich, Doom gibt es ja schon längst. Ich weiß gar nicht, haben sie das viel Remastered, aber Doom muss man ja auch eigentlich schon im Oldschool-Look spielen, das gehört einfach dazu. Exhumed ist interessant, wollte ich auch noch mal gucken, Dark Forces, es war einer, den ich damals gekauft habe auf PC tatsächlich und auch länger gespielt habe, weil da hatte ich ja noch, da war ich ja noch nicht beruflich hier involviert und dann hat man die Sachen auch wirklich, wenn man sie gekauft hat, auch vernünftig gespielt, gefaxt. Aber irgendwie, das ist halt auch nicht so ganz brillant gealtert. Ich könnte ja jetzt keinen sagen, wo ich überzeugt bin, dass ich den jetzt spielen müsste. P.O. ist mir so mittelprächtig, wenn man, jenseits der skurrilen Kuliste, aber gut, schauen wir halt mal. Ja, aber mir fällt da tatsächlich jetzt erstmal, ich meine, wobei Heretic und oder Hexen, die wären eigentlich auch mal fällig, aber die würde ich auch so wie Doom behandeln, weil die ja quasi Partnerspiele waren. Das wäre noch was, wo ich mal sagen würde, ja, aber keine Ahnung, warum das nicht existiert. Rise of the Triad gibt es ja auch schon inzwischen, war das eigentlich? Das war auch Night School, oder? Äh, Night Dive, bin mir gar nicht sicher. Egal. Im aktuellen Heft haben wir die Game Changer, besondere Erweiterungen, die im Kopf blieben, bleiben. Gibt es eine Story-Erweiterung oder Zusatz, welcher mir besonders im Kopf hängen geblieben ist? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Äh, äh, Ich würde spontan muss ich sagen, nee, also nichts, was mir jetzt ganz leuchtend hängen geblieben ist. Ich kann mich erinnern, dass, äh, die, die zwei Erweiterungen von Bioshock Infinite interessant fand, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich mich über den Schluss aufgeregt habe oder nicht. Ich würde sagen, dass ich mich über den normalen Schluss gerne aufreg von Bioshock Infinite, und ich weiß nicht mehr, ob es das Bessere oder Schlechte meint. Ich kann mich erinnern, dass ich, äh, die Add-Ons von Alan Wake gut fand, weil die die Story runtergemacht haben. Aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, oh, das ist an die, ansonsten denke ich jetzt an, oh, äh, Evergreen, Best of Old Time, möchte ich immer wieder mal sehen und spielen, bla, bla, bla. Ähm, bei die diversen Forza Horizon-Geschichten, ich meine, die Lego-Erweiterung war cool, aber auch nicht so, dass ich sage, oh, unfassbar, gibt, muss nochmal sein. War echt gut, aber, äh, ich würde jetzt, wenn ich länger nachgucke und suche, komme ich vielleicht auf irgendwas, aber auf die Schnelle tatsächlich, nee. Äh, muss ich sagen, war es das jetzt erst mal. Meistens so die kleinen Geschichten, so irgendwelche Add-ons halt, mei, auch bei Gotham, die, die zusätzlichen Strecken beim, bei Gotham 1, war, was war es, Paris und Long Beach, glaube ich, war natürlich schön, das zu haben, aber so richtig, und also eben so Story-Erweiterung, eben, Story-Erweiterung, ja, da hat man jetzt ja gerade schon welche, aber da fällt mir jetzt echt sonst nicht so viel ein. Ich meine, Episode Agis werde ich natürlich spielen, aber da bin ich eher skeptisch, weil ich habe mich letztes Jahr schon gespoilert, was da alles drin ist, wie Porta da rauskam, und das klang jetzt nicht so, als ob man es wegen der Story spielen müsste. Naja, warten wir es ab. Okay, äh, schon mal überlegt, meine Evercade-Module per Video zu zeigen, ein paar Worte zu verlieren, ähnlich zum Import-Report. Keine Ahnung, wie viele Leute es interessieren würde, ihnen aber auf jeden Fall. ähm, ich habe, ich habe immer wieder mal so Gedanken, aber ich muss jetzt zugeben, bei Evercade hätte ich gerne auch Videos mit, vielleicht Videos gemacht mit den Spielen, aber das wäre massiv ein Aufwand, der nicht, nein, danke, ähm, es wäre machbar natürlich, ohne allzu viel Stress, ich meine, wobei ich viele dieser Module heutzutage eigentlich aus Sammlergründen kaufe und dir zu den Spielen nicht groß was sagen könnte, oder nur begrenzt, die ganzen Peiko-Geschichten zum Beispiel, die habe ich alle, ganz wenige nur ein bisschen gespielt, und Torplan juckt mich persönlich nicht, und zwar, es sind jetzt über 50 Module schon, das ist mir ehrlich, könnte ich, aber ich glaube, der praktische Nutzen, also, ich sage mal so, das ist, der Zug ist mir zu sehr schon abgefahren. Ich habe, im Heft haben wir ja alle vorgestellt, also alle bis auf die letzten zwei oder vier, die jetzt dieses Jahr halt erschienen sind bisher, zwei waren es glaube ich, jetzt in zwei Wochen kommen die nächsten zwei, wenn ich es durch den Kopf habe. Bin mal auch gespannt, was die dieses Jahr noch bringen. Ich bin ein bisschen skeptisch, zum einen ist meine Liebe zu Evercade schon ein bisschen abgekühlt, es ist ja alles immer noch ganz nett, aber die, man hört jetzt immer wieder mal von irgendwelchen Bugs, die nachgepatcht werden müssen, oder dass die Module auch gerne, irgendwie dann plötzlich nicht mehr gehen. Ich hatte ja auch mal eins, wo ich Ärger hatte, aber das, ähm, naja, und eben das, das letztes Jahr, diese ganzen Indie-Module, die haben mich ziemlich ernüchtert, die sind halt überhaupt nicht meine Welt. Indie-Spiele, die spielen ja nicht unbedingt, dass die schlecht werden, aber die möchte ich, auf einer Evercade, die habe ich halt für die alten, für die alten Originale, die alten Sammlungen, und nicht für irgendwelche neuen Indie-Spiele, die ich überwiegend auch auf einer modernen Konsole genauso kaufen kann. naja, egal, ähm, ja, das ist mir, ich sage mal so, die 20 Klick, die es dann bringt, das ist mir wurscht, dann mache ich lieber mal irgendwas, wenn ich irgendeine coole, witzige, nette, neue, andere Idee habe, eher mal, aber das eher nicht, nö. Muss ich so sagen, muss ich nicht aufs Heft verweisen, da sind ja auch die meine, die Hits, die da erwähnt werden, also meine Kauftipps, die habe ich ausgesucht, die Artikel sind ja auch von mir, schon mal eins der Vanilla-Ware-Spiele gespielt, die sehen ja fast immer total schick aus und taugen in der Regel auch was, persönlich hat er ein bisschen nur Muramasa auf Wii durchgespielt, wer es nicht so richtig sehen wollte und Dragon's Crown mal angespielt, Odin's, wie er remastered hat er noch hier, aber wie so oft auf dem Stapler, Schande. Ich wollte, äh, Unicorn Overlord anspielen, das hat aber aus, äh, wie soll ich sagen, aus einer Verkettung unerwarteter Umstände ein bisschen länger gedauert, bis ich an das Spiel gekommen bin, weil, kaufen wollte ich es mir auch nicht, muss ich zugeben, so ist es halt und dann hat, da war dann mein Urlaub quasi rum und ich hatte wieder andere Sachen im Kopf, äh, ich hab Dragon's Crown ein bisschen angespielt und ein, zwei andere ein bisschen, also intensiv nicht und ich muss auch sagen, der, äh, wie heißt, Star Trek? In Sentinels habe ich ein Stück länger gespielt und hab dann unterbrechen müssen und jetzt müsste ich davon, das wäre das Erste, wo ich wieder spielen würde, weil die Story ich ganz interessant fand und diese Mischung aus Sci-Fi und, äh, in dem, in ihrem Stil und diesen Kämpfen mit den Mechs, die strategischen Kämpfe, waren glaube ich strategisch, fand ich sehr reizvoll, aber da muss man sich auch Zeit nehmen und darauf konzentrieren, weil ich glaube, das hat eine gewisse Basiskomplexität, die man nicht so nebenbei wegspielen kann, ähm, das würde ich nochmal spielen wollen, wenn ich es mal endlich dazu komme, ähm, ja, also so, ich weiß nicht, der Stil ist sehr, sehr stimmig und sieht auch gut aus, aber so ganz holt er mich auch nicht, bei Dragon's Crown hat mich diese, diese massigen Gliedmaßen der Charaktere ein bisschen so irritiert, so diese, diese, äh, Kriegerin, Barbarin, was auch immer, die hat so Riesenhaxen und Riesenarme, aber irgendwie finde ich die Proportionen ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ähm, fand ich ein bisschen irritierend, aber egal, ja, sonst kann ich ja nicht viel zu sagen, bin ich am 1. April einem April-Scherz auf den Leim gegangen, ähm, nicht, dass ich es wüsste, glaube ich, also bei P.O. habe ich mir auch gedacht, ne, das wird mich jetzt wundern, aber warum nicht, also, es war ja dann kein April-Scherz, ne, also die meisten, die man gesehen hat, waren entweder so hohl oder so, oder sie haben gleich dazu gesagt, so, ne, also bin ich nicht, ich glaube übrigens auch, ich muss nochmal nachfragen, ob wir einen April-Scherz im Heft hatten, ich glaube, wir hatten keinen, aber falls doch, dann habe ich ihn nicht mitbekommen, aber auch sonst scheinbar niemand, also wahrscheinlich hatten wir keinen, weil, ist natürlich bei Print auch immer so eine Sache, die April-Ausgabe erscheint, Mitte März, da hat man noch nicht so unbedingt den Gedanken auf, April-Scherz, ähm, na, wie auch immer, äh, ja, war auch, ich meine, es ist gut jetzt natürlich, wenn der 1. April auch noch ein Feiertag ist, wie es diesmal war, dann kriegt man nicht ganz so viele aktuelle E-Mails rein, die meinen, witzig sein zu müssen, weil es natürlich, äh, niemand sich, ja, kann man sich ja vorstellen, das habe ich hier den Satz hanggebrochen und dann einfach abgewürgt, ist egal, gut, das ist ein hoffentlich nicht schweißtreibendes Wochenende, der Kering Bansche, Bande wünscht der Tokio, wünsche ich uns auch, und damit sind wir durch, und es ist wieder fast eine Stunde geworden, ist doch schön, also, äh, ich habe es vorhin nicht erwähnt, äh, ich glaube, ich habe noch keine Videos jetzt, äh, für nächste Woche aufgereiht, ich habe sehr viele zur Auswahl, ich habe heute beim Schlendern ein, zwei Produkte, Konsumgüter, äh, erblickt, die ich vielleicht kurzfristig reinschieben werde, teilweise, wenn nicht, aber also nächste Woche könnt ihr euch auch damit rechnen, dass es zweimal konsumiert wird, sonst habe ich spontan nichts, wer weiß, vielleicht passiert am Samstag wieder noch irgendwas, von dem ich jetzt noch nichts weiß, ansonsten aber halt, ja, sind wir durch, wie gesagt, wird konsumiert, und sonst, äh, schauen wir halt mal, und damit wünsche ich euch auch, wünsche ich mir natürlich, aber euch auch, ein nicht so stressiges, hoffentlich erholsames, gesundes, frisches, entspannendes, sonstiges Wochenende, und dass auch der Rest der normalen Woche dann wieder gut ist, bis wir uns dann halt beim nächsten Mal wieder hören, und damit, bis dahin, Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020